Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen Meppen am Samstag um 14 Uhr hier bei uns im Eintrachtstadion. Ein paar Hinweise vorneweg nach aktuellem Stand und so wie es Stand jetzt auch vom Gesundheitsamt der Stadt Braunschweig freigegeben wurde, sagt das Hygienekonzept, das wir bis zu 8.500 Zuschauer hier im Eintrachtstadion begrüßen dürfen am Samstag. Es gilt der 2G-Status, also geimpft oder genesen, ein dauerhaftes Tragen einer FFP2-Maske, also auch auf dem Sitzplatz und nicht nur im Stadionumlauf, sondern auch während des Spiels. Und wir vergeben die Plätze wieder am Schachbrettmuster, also so wie es aus den Anfangsstadien der Saison gelernt ist, werden die Plätze wieder vergeben. Und wir erwarten mit bis zu 500 oder rund 500 Gästefans aus Meppen am Samstag hier. Es gibt Tageskassen und um 12.30 Uhr öffnen die Stadion Torreise 90 Minuten vor Spielbeginn. Ja, viel vorneweg blicken wir aufs Sportliche. Mit dem SV Meppen kann man glaube ich schon sagen, ist so ein bisschen die Mannschaft der Stunde aus der dritten Liga. Hier zu Gast am Samstag sieben Spieler aus zehn gewonnen. Was erwartest du und wie wollt ihr das Spiel angehen? Ja, hast du recht, Denise. Die letzten fünf Spiele sogar allesamt gewonnen. Also die Mannschaft der Stunde, denke mit Magdeburg natürlich dann auch vorne, hat sich zu einer Spitzenmannschaft dann auch gemausert, haben einen Punkt mehr wie wir. Spielen kompakt, haben auch viele Tore geschossen, auch ein bisschen mehr bekommen wie wir. Aber trotzdem, manchmal laufen sie hoch an, manchmal stehen sie tiefer, verwickeln dich in viele Zweikämpfe auch und können brutal gut über außen umschalten. Haben aber auch einen Entwicklungsspieler mit Tankulitz drin und vorne natürlich, die dann die Bälle auch ablegen. Das ist ein guter Passo, je nachdem wer dann auch fit ist oder wer spielen kann. Und wird auf jeden Fall eine große Hausaufgabe hier. Die Aufgabe nehmen wir gerne an, um auch vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Blicken wir einmal auf unsere Mannschaft. Die Vorbereitung ist jetzt durch das Spiel in Würzburg jetzt nicht so lang. Wie habt ihr das gestaltet und wie viel Schwung gibt der Sieg in Würzburg auch der Mannschaft? Ja, ich glaube der Fokus in Würzburg war sehr hoch, war ganz, ganz hoch angesehen auch. Wir hatten die erste Halbzeit ganz, ganz viel umgesetzt von dem, was wir auch wollten. Es sind natürlich auch mit den Toren dann, mit den Torchancen, die wir dann gut verwertet haben, auch mit 2-0 schnell geführt. Ich glaube, wir können nur das Dritte, vielleicht auch das Vierte dann machen in der ersten Halbzeit. Das haben wir versäumt dann auch. Aber in der zweiten Halbzeit dann, ja, ist der Gegner gut rausgekommen, aber auch alles überstanden. War, glaube ich, über 90 Minuten gut und da nehmen wir natürlich auch viel Positives mit. Auch Sachen, die wir ändern müssen, haben wir auch angesprochen gestern, ist abgehakt. Die Freude war da durch das Spiel in Magdeburg. Ich will jetzt gar nicht von einer Reaktion reden, einfach um, ja, wieder da in die Spur zu kommen. Das war wichtig, weil Magdeburg war auch nicht ganz schlecht. Und von dem her sind wir positiv. Wir wollen zu Hause jetzt auch wieder da anknüpfen, wo wir in Würzburg aufgehört haben. Genau, gegen die Mannschaft der Stunde dann auch punkten. Dann letzte Frage von mir, wie immer, wie sieht es personell vor der Begegnung aus? Alle Jungs an Bord oder hast du Ausfälle zu beklagen? Nein, keine Ausfälle, gestern noch regeneriert, auch heute noch ein bisschen, ja, sich bewegt, nenne ich es mal, um die Müdigkeit dann auch bei den meisten rauszunehmen. Aber morgen können wir wieder Vollgas geben und es sind keine Verletzten, die dazukommen. Das ist schön, hoffentlich bleibt es auch so und somit hat der Trainer wieder nichts beim Trainer, wenn er mitnimmt. Das sind gute Nachrichten, dann eröffne ich die Fragerunde. Daniel Mauer, bei dir liegt das Mikro schon, dann kannst du starten. Michael, du hast ein bisschen zuletzt mit dem System, also wenn man die letzten Wochen anguckt, hin und her geswitcht. Was ist so im Moment dein Favoritensystem, so wie ihr, sag ich mal, jetzt zuletzt in Würzburg gespielt habt oder doch die Spiele davor mit der Raute? Ja, ich glaube, wir können beide Systeme ganz gut spielen. Ich würde nicht sagen, dass es in Magdeburg nicht so aufgegangen ist. Wir hätten dann viele Möglichkeiten gehabt, wenn wir da den Pass gut angebracht haben, den vorfinalen Pass. Dann wären wir, glaube ich, des Öfteren dann auch mal im 2 gegen 1, 3 gegen 2 auf die Kette zu oder geschweige denn dann auf einen Abwehrspieler noch und den Torhüter. Das haben wir da nicht geschafft. Jetzt in Würzburg haben wir vielleicht in dem System dann auch, ja, war doch fast auch im Anlaufen eine Raute, sag ich mal. Haben wir einen Sechser vorgeschoben. Also von dem her sind wir da Variable. Wir können beides spielen. Beide Systeme sind für mich in dem Gedanke, was ich habe, trotzdem laufintensiv. Und das ist, glaube ich, das A und A, A und O. Das ist die Basis, was wir rausbringen müssen, reinhauen müssen, die Jungs dann auch auf dem Platz. Und das ist das Wichtigste. Jetzt hat Silvi Müller im letzten Spiel ein Tor gemacht. Er hatte jetzt eine schwierige, sag ich mal, insgesamt Saison durch seine Verletzung. Wie süß zu seinem Stand? Er ist ja nun wirklich die letzten Spiele ganz gut reingekommen oder wirkt so, dass er das relativ schnell jetzt doch wieder aufgeholt hat. Ja, Basti Müller hat es jetzt auch, also in Havesee schon sein erstes Tor da wieder gemacht, dann nach Verletzung, dann weniger gespielt oder weniger Einsatzzeiten gehabt. Jetzt, glaube ich, jetzt war er auch dran, dann wieder von Anfang an zu spielen, hat gleich ein Tor gemacht. Das zweite war leider abseits, war aber so auch an Sachen, an Aktionen beteiligt. Klar, du merkst auch, dass er dann diese zwei, drei Monate auch raus war. Aber ich glaube, er macht uns und allen hier noch Freude, wenn er mehr Spielpraxis hat, wenn er kontinuierlich Woche für Woche dann auch auf dem Platz steht. Das ist wichtig für einen jungen Spieler und ja, der entwickelt sich weiter und er formt sich selber auch durch die Spiele, dann auch durch sein Training. Gleich angeknüpft die Frage, auf welcher Position siehst du ihn aktuell am besten? Ich denke, dass er es über außen gut macht, er kann aber auch mit allein im Sturm spielen, aber da haben wir auch andere Optionen auch noch, kann er in der Doppelspitze oder auf zehn dahinter spielen zwischen den Linien, also das macht er gut, kann gut aufdrehen, hat gute Dynamik, hat einen guten Torabschluss. Wir mussten ihn auf jeden Fall in die Position bringen, dass er zum Torabschluss kommt und das hat er jetzt auch bewiesen mit dem 1-0 für uns, aber schon in der Offensiv auf jeden Fall. Dann gehen wir das Mikro weiter an Frank Hornat von Radio SRW. Du hast schon Tankulitsch erwähnt, da gibt es auch noch so ein paar Kunstschützen beim Meppen, ich glaube der eine hat das Tor des Monats, glaube ich, im letzten Monat gemacht. Wie wird Rico Schmidt hier seine Mannen auflaufen lassen? Rechnest du eher mit einer abwartenden Meppner-Mannschaft oder voll die Rahme auf die Butter sozusagen? Ich denke, er will schon wahrscheinlich, dass er uns mal angeht, aber generell erwarte ich schon ein bisschen einen tieferen Gegner auch. Ja, das Tor des Monats, ich weiß nicht, ob der Spieler schon wieder fit ist, aber schauen wir mal, die ist auch eine gute Mannschaft, die hatten jetzt brutal viele Ausfälle und haben trotzdem noch eine Top-Mannschaft auf dem Platz gehabt. Also ein großer Kader auch und haben sich auch aus dem, was letztes Jahr war oder wie es dann auch zu Ende gegangen wäre, nenne ich es jetzt mal so, haben sie sich rausboxiert und sind jetzt auch mit den Leistungen, wenn du fünfmal in Folge gewinnst, bist du auch zu Recht da ganz oben. Du hast es schon in Würzburg gesagt, es wird ein ganz anderes Spiel letztlich. Hast du trotzdem das Spiel Meppen-Würzburg vorher sehen können und konntet ihr da ein bisschen was mitnehmen, auch an taktischen Überlegungen? Ja, weil wir eine Woche vorher noch Meppen in Würzburg gespielt hatten, haben wir das Spiel natürlich auch analysieren können, für beides hernehmen, aber natürlich auch andere Spiele gesehen und ich denke, wir wissen, was auf uns zukommt. Die Mannschaft versuchen wir wieder gut einzustellen und dann auch die Lösungen dazu haben. Man müsste ja eigentlich nur die erste Halbzeit von dieser Woche mit der zweiten Halbzeit aus der Vorwoche ein bisschen kombinieren. Wie erklärst du dir das, dass man sagt, davor ist man ein bisschen schwer in die Pötte gekommen, in Würzburg ganz anders und dann, ja, sag ich mal, in der zweiten Halbzeit wurde es dann wieder ein bisschen komplizierter, so finde ich, für meine Verhältnisse. Wie erklärst du das? Zweite Halbzeit in Würzburg komplizierter. Ja, es ist ja auch, es ist ja immer ein Gegner auch auf dem Platz, die wollen ja auch nicht dann verlieren, wenn ich von Würzburg ausgehe, die wollen auch schnell den Anschlusstreffer machen. Klar, einmal haben wir eine Chance zugelassen oder einen Schuss aus dem Winkel hervor, wo wir einen Fehler davor machen, dann sind sie mal durchgetrüppelt, aber es war jetzt nicht so, wo man sagen muss, hey, ja, sie muss jetzt im 1 gegen 1 irgendetwas halten, richtig groß und dafür ist er auch da. Und wie gesagt, das Magdeburg-Spiel war nicht ganz, ganz so, das war optisch in der zweiten Halbzeit von uns auf jeden Fall besser, auch weil wir die Torchancen hatten, weil wir da auch den letzten Ball vielleicht an den Mitspieler gebracht haben und das haben wir in der ersten Halbzeit nicht geschafft. Und ich schätze Magdeburg nochmal, das sieht man ja auch am Tabellenplatz, das ist schon nochmal höher einzustufen, auch wie Würzburg und natürlich mit der Kulisse im Hintergrund, vielleicht haben wir ein bisschen zu viel Respekt auch gehabt in der ersten Halbzeit. Aber das ist Vergangenheit, jetzt gucken wir nach vorne und haben das in Würzburg gut gemacht, auch verdienten Sieg geholt und jetzt geht es aber zu Hause weiter. Du hattest auch jetzt die Gelegenheit, die jungen Willen ein bisschen mehr zu bringen, mit Ihorst auch noch und Sebi Müller und so weiter. Wie harmoniert das inzwischen, dass man sagt, die erfahrenen Spieler sind da und jetzt kommt da auch so ein Pulk von jungen, talentierten Spielern, kommen die ganz gut miteinander zurecht? Die Jungs kommen alle gut miteinander zurecht, das war ja auch unser Ziel in der Vordersaison oder am Anfang der ersten paar Spieltage, dass wir auch nochmal ein bisschen mehr Unbekümmertheit dazuholen und Entwicklungsfähigkeit und man sieht glaube auch, dass sich die Jungs schon entwickelt haben. Das ist auch wichtig, dass wir auch den nächsten Schritt nicht nur individuell gehen können, sondern auch als Verein, als Mannschaft und von dem her muss man da auch mal ein Auge zudrücken, dann bringt es mal wieder eine Erfahrung in den Rennen rein. Aber ja, die haben es jetzt gut gemacht, Konsbrucher auch, das Tor mit vorbereitet, hat wieder gespielt und sieht gut aus. Kannst du noch was zum Trainer sagen? Kennst du Rico Schmidt? Was ist das für ein Typ? Ja, persönlich kennen wir uns nur aus unseren Duellen gegeneinander. Ganz umgänglicher Typ, haben wir immer gut miteinander gesprochen, aber nichts Größeres, Persönliches, die Handynummer oder so, haben wir jetzt nicht ausgetauscht oder telefoniert. Ja, zum Schluss, in die Statistik soll man da nicht zu weit blicken, aber das könnte man auch. Die sieht nicht so gut aus, ne? Ja, ist okay. Ist das mehr Ansporn auch oder ist das, sagt man so, mein Gott, da haben wir oft auf die Moppe gekriegt, wie kommt das rüber oder sagt man, das war alles gestern? Ich kenne die Statistik nicht. Okay, dann lass es auch. Okay, gibt es weitere Fragen? Dann nehmen wir auch nochmal. Vielleicht auch nochmal auf Meppen, du hast schon gesagt, die Mannschaft der Stunde bei der Geschichte der vergangenen Saison, ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Paradebeispiel, wie schnell es in dieser dritten Liga gehen kann? Und da so ein bisschen auch angeknüpft, wie schätzt du jetzt gegen Ende der Hinrunde so die Lage auch ein vielleicht im oberen Drittel, wo ihr euch auch gerade befindet? Also ja, dass in der Liga dann auch jeder jeden schlagen kann, aber es ist, ich glaube, in allen Ligen wahrscheinlich auch so. Wenn du mal fünf Spiele in Folge gewinnst, dann bist du oben dabei. Das ist natürlich auch, das ist schon ein Riesenlauf. Also das schaffen nicht so viele Mannschaften. Wie ich das Ganze einschätze, ist, ja, die letzten vier Plätze selbst, die sind ja nicht komplette Zwecke. Ich glaube, der erste Nichtabstiegsplatz ist drei Punkte weg, meine ich. Also das ist eng, aber zum Absteiger auf den Nichtabstiegsplatz sind es, glaube ich, drei Punkte. Zu uns sind es dann zehn Punkte, okay, es ist jetzt ein bisschen was dazwischen und vorne gibt es auch noch viele Mannschaften hinter uns, die, wenn du mal zwei Spiele vielleicht nur nicht vollpunktest, dann bist du gleich wieder siebter, achter und von dem her ist es eng, brauchst konstant, muss lang, lang dabei bleiben und die Saison ist lang. Das sind 38 Spieltage, jetzt sind wir gerade nicht mal die Hälfte. Gibt es weitere Fragen? Daniel schreibt noch. Du bist durch? So werde ich da. Dann vielen Dank und wir sehen uns am Samstag. So. Mannschaften Kramoめ Vielen Dank.